Ei, 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 ei. Oh, es ist ein... Oh, was machst du denn? So, hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Habibabu. Bubu, hababu. Ibi ist unwohl von der Arbeit, ist klar, ne? Ja, das ist nicht so gut. Na, dann werden wir uns zuerst mal hier ein bisschen, ähm... Die Zähne putzen. Was willst du denn? Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss ja was essen noch, ne? Wir sollten, ja, wir sollen ganz viele Sachen machen. So, die ist ein bisschen unwohl. Vielleicht mal ein bisschen das Bläschen leeren hier, ne? Mal ein bisschen pissen gehen, so, ne? Dann fühlst du dich viel besser. Ja, jetzt kommt das schon wieder hier. Das ist gut. So, kochen wir ein bisschen hier noch. Was können wir denn jetzt schon gucken hier? Hm, Eier mit Toast. Ja, das wird lustig. Das wird gut. Ja, ich lass dich mal da, ne? Ähm, Energie, Spaß. Wir haben keinen Spaß. Dann erst mal hier was essen, ne? So, mach mal schneller da, ne? So. So, das sollst du mal kochen, ne? Mach mal hier Spiegeleier, ne? Äh, hast du... Was hast du denn jetzt schon wieder? Unwohl. Warum ist dir unwohl? Fieser Kühlschrankgestank. Ähm. Reste nehmen. Oh. Was machst du denn da? Ist kaputt gegangen. Oh. Oh. Ei, 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 ei. Oh, es ist... Oh, was machst du denn? Das wird aber nicht so... Oh. Die Brabpfanne ist weg. Okay, ne? Ja, kommt das? Irgendwann ist Musik. Ja, Musik ist gut, ne? Das hebt die Laune. Das macht Spaß. Ja, immer schön strecken. Wir haben aber keine Dinge hier, ne? Oh, ha. Oh, was? Äh, sie ist kaputt gegangen, ne? Oh, nicht schon wieder. Ei, ei, ei. Ist gut, ne? Sollte fertig sein. Ne? Ist, ist fertig. Und jetzt schön hier der virtuelle Teller hier. Ja, das hast du gut gemacht. Ist ein bisschen... Na, ist nicht so gut, aber man kann leben. So, immer schön rein damit, ne? Mmh, yum, yum. Ist das gut? Schmeckt nicht? Da kannst du ja nachher zocken gehen, ne? Also, ein bisschen Spaß. Er hat Spaß gerade. Hunger ist okay. Wir geben mal ein bisschen, ähm... Wir können mal ein bisschen... Ja, hier, mal Sicherheit, ne? Ähm... Ja, für jeden außer Baba, ne? Das ist nur mein privater PC. Da muss kein Gast hier so, ne? Und dann... Er ist voll abgedreht, ne? Er ist voll... Ich hab doch... Aha, das muss nicht... Dann gehst du mal ein bisschen programmieren üben, ne? Ähm... Du gehst ein bisschen programmieren üben? Achso, das ist schon. Du hast schon, ne? So, jo, hä? Da hast du gesehen, du, ne? Jetzt geht aber hier Facebook, oder was? Ne, programmier gerade. Ja, ja, das ist gut, ne? Das ist richtig gut. Ja, machst du gut. Spaß. Der Spaß fehlt ein bisschen. Wir haben ein bisschen Kohle. Warte mal. Wir machen ihm das ein bisschen gemütlicher hier. Komm. Das muss einfach mal ein bisschen hier so... Was nehmen wir denn für ein Bild hier? Was cooles, oder was? Ah, das ist geil, ne? Ach Gott, nein. Was ist das hier? Das... Ja, wenn er drauf steht. Ach, geht's denn nicht Geileres hier? Das ist cool. Ja, hier ein paar... Weißt du? Hier so... Ach, nö, muss er nicht unbedingt. Das ist aber eher so ein bisschen hier so, ne? Wir könnten ja auch mal ein bisschen Kunst... Aber jetzt geht die Kohle runter, hier, ne? Haben wir kein größeres Bild hier? Was... Was... Ja, sowas hier, ne? Das ist schön. Das liebt er. So, guck mal. Jetzt hast du Bilder drin. Jetzt freust du dich, wenn du nach Hause kommst. Siehst du gleich mal die Bilder hier. Das ist doch schön. Funktioniert das da? Mal gucken, wo der auch... Ähm... Spaß, ne? Die Energie geht runter. Der Spaß leidet aber auch ein bisschen. Er hat ein bisschen gemacht. Kann man ein bisschen hier Fernsehen gucken? Was guckt er denn gerne? Was soll er denn gucken? Action-Kanal. Natürlich, Spaß, ne? Dann kannst du hier aufhören. Das reicht schon. Ähm... Örtliche... Dings besuchen. Haben wir das... Xims kennenlernen. Haben wir doch alles schon getan hier, ne? Ja, die Musik muss aber aus. Sonst können wir nicht Fernsehen gucken. Ich will auch wieder gucken. Oh. Dramatik. Oh. Das war, nachdem wir saufen gegangen sind. Ist die Bude abgebrannt. Oha. Der Spaß geht hoch. Das ist gut. Ei, ei, ei. Wir haben 19 Uhr. Ja, wir können erst am Wochenende, ähm, Party machen. Oh, schon fertig? Oh. Oh, jetzt kommt ein Horrorfilm, ne? Oha. Sims-Horror. Oh, Dramatik. Oh. 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 Was für ein Motorrad. Oh, Werwolf, ne? Ei, 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 ei. Das ist ja hier, ne? Habu, das ist nicht gut für dich. Jetzt musst du auch heulen. Oh. Die Filme sind kurz, ne? Das ist nicht hier mit zwei Stunden und so, oder? Das ist dann schon... Oh. Jetzt kommt Indiana Jones, oder was? Aber echt jetzt? Echt jetzt? Das ist echt Indiana Jones, ne? Da, 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 da. Da, da, da. Oha. Da muss er jetzt gucken, ne? Ja, genau. Das ist doch nicht... Oh Gott. Was? Oh, hä? Er lacht, aber... Weißt du? Gut, das war jetzt... Ja, der war gut. Das finde ich auch. Also, der war richtig gut, ne? Ja, der war richtig gut. Ähm, wir haben 20 Uhr. Du kannst ja noch ein bisschen hier Soziales, äh, hier, äh, ne? Ein bisschen Soziales machen hier, ne? Und wir könnten mal gucken. Können wir hier vielleicht noch ein... Warte mal schnell, warte mal, ne? Können wir denn hier... Ähm, da muss Küche sein. Können wir hier noch ein... Wir könnten ja die Farbe wechseln sonst. Oh Gott, nein. Ja, das ist besser. Wenn wir den jetzt hier hinstellen, ne? Dann könnten wir uns doch so eine Kaffeemaschine... ...in Schwarz kaufen. Ne? Dann können wir uns wenigstens hier so einen Kaffee reinzwirbeln. Dass wir nachts dann auch besser schlafen können. Du solltest hier aber auch noch aufräumen hier, Junge, ne? Oh, jetzt aber. Die Musik läuft schon wieder. Ja, Musik ist gut, ne? Die Musik reißt rein. So, ich trinke auch noch einen schnellen Kaffee. Na, ist das gut so? Nein, Soziales ist eigentlich schon oben. Kannst du aufhören. Muss nicht immer am PC sein, ne? Das muss ja nicht sein. So, das können wir wieder zumachen. Ja, hier schön Pulver rein. Kaffeebohnen. Und jetzt blubbert der, ne? Äh, du könntest eigentlich schon mal... Ähm... Was machst denn du da? Wow. Was ist denn los mit dir? Sieh, der Kaffee ist fertig. Hast du jetzt einen Kaffee gemacht? Nimmst du jetzt eine Tasse? Ja, schön rein damit, ne? Es ist noch viel zu früh. Es ist Montag. Das... Ja, abräumen wäre nachher auch nicht schlecht, ne? So hier, ne? Mh, lecker Kaffee, ne? Ist nicht gut? Fehlt was? Jipsi. Jipsi, oh, bist du betrunken? Redest du mit dir selber? Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? Der Hunger, die Blase, natürlich die Blase, ne? Bevor wir ins Bett gehen, müssen wir noch Pissen gehen dann, ne? So, hast du? Dann räumen wir alles ab, ne? Da gibt's nix, es wird abgeräumt. Oh, aber das ist auch nicht schlecht. So, immer schön abspülen hier, ja. Mhm. Schön sauber machen, ja. Immer schön im Blues sein, ne? So, du bist fertig. Ähm, ja, die Blase muss nicht leert werden, ne? Wo ist denn jetzt hier unser Klo, ja? Schönes, schwarzes Klo. Ähm, hallo? Bubu? Du solltest dich mal, ähm... Ja, ne? Ähm, es ist jetzt 22 Uhr. Wir warten noch ein bisschen, ne? Wir können auch... Ja, komm, setz dich doch hin jetzt hier. Was geht denn hier ab, du? Wir sollten noch ein Buch lesen. Dann, Liebe und... Das könnte gut sein, ne? Ich glaube, das könnte uns vor Vorteil sein, wenn er das Buch liest. Ne, wir müssen ein Buch lesen. Ich muss mal ein Buch lesen. Über Liebe. Und wie ich abnehmen soll. Ne? Ein bisschen den Arsch ein bisschen rein. Wo setzt du dich hin? Ah, das geht. Ah, das ist gut. Soll ich die Musik aus... Soll ich mitlesen? Mhm. Oh, Liebe ist, wenn... Wenn ich jemanden liebe. Wenn ich nicht liebe, dann liebe ich ihn nicht. Oder sie? Ich weiß, ich bin noch nicht sicher, wo ich bin. Was ist denn das hier? Können wir das... Bewundern? Können wir auch immer bewundern, ne? Und dann gehen wir Quarzen. Dann machst du dir die Musik aus. Und dann gehst du schlafen. Dann ist gut. Aber dann ist es aber richtig gut, ne? Aber es ist schon hell. Hm. Haben wir Post bekommen schon? Nö. Wir haben keine Rechnung bekommen. Das ist gut. Es sieht aber schon ein bisschen hinten aus, ne? Wie so ein Büro oder so. Das ist halt nicht so gut hier, ne? Normalerweise ist das Sofa drin und, ja, ne? Ein bisschen umgedreht. Aber ich denke, da hinten fühlt er sich wohl. So ein bisschen eingeengt. Was er sowieso ist. Ist es gut? Na? Du liest... Liesten du überhaupt noch? Oder... Ah, hier, der Balken hier unten. Ja, okay. Die Hälfte haben wir schon. Aber du könntest ja sonst, ähm... Du, du... Du, 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 du... Du könntest ja auch mal... Was ist schon 23 Uhr, ne? Du solltest schon etwas auf dich achten. Leg doch das nicht mehr da hin. Okay, er soll pennen gehen. Dann soll er es weglegen, ne? Was willst du denn jetzt machen? Du solltest doch schlafen gehen. Hallo? Hat sich aufgehängt, ne? Oh, schön. Schön pennen hier. Das ist gut. Zwei Uhr. Drei Uhr. Er träumt gerade was, ne? Oh, ich muss arbeiten. So. Gleich aufstehen. Ja, Hunger. Natürlich hat er Hunger. Natürlich hat er wieder Hunger. Das ist doch... Wir haben ja nicht mal hier das hier, ne? Ja, das... Gelösert. Ah ja, das ist nicht schlecht, ne? Ein bisschen gesund ernähren, ne? Ein bisschen dahinter wegkriegen. So, jetzt... Jetzt versuch mal hier, ne? Ich will mal gucken, ob du das auch richtig machst. Hygiene. Ja, koch mal. Dann gehen wir mal ein bisschen duschen. Und dann... Gehen wir noch, ähm... Aufs Klo. Ja, nö. Ich hab doch nur... Ich hab doch nix getan hier. Ja, aber Finger weg, du, ne? Aha. Und jetzt hier rein. Ja, genau. Ui, 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 ui. Junge, 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 Junge. Was machst du denn da? Hat's funktioniert? Hat's funktioniert? Schön langsam, ne? Immer ganz schön langsam rühren da. Nicht, ähm... Ja, das kommt gut. So, jetzt geht's in den Backofen rein. Ach, geht alles in den Backofen rein, ne? Okay. Oh, schön. Ja, ähm... Jetzt müssen wir warten, oder was? Jetzt fertig. Oder nicht? Du musst nachher arbeiten gehen. Guck mal, ist schon sieben Uhr. So, und jetzt fängst du an... Setz dich hin. Ist was... Was ist denn das überhaupt? Was haben wir denn gemacht hier? Sieht aus wie so... Gemüsetaschen, ne? Ist das gut? Oh, der ist fein. Oh. Oh, ist traurig. Oh. Unser Bubu. Habubu ist traurig. Oh, Teller Jim Wipsy. Redest du mit mir gerade, oder? Jim Wipsy? Jetzt ist er glücklich. Oh, der ist glücklich, ne? Oh, ist das schön, wenn er glücklich ist. Der Teller abräumt. Räumt den Teller ab. Ich hab's tausendmal gesagt. Räumt den Teller ab. Räumt den Teller ab. Ist ja, ist ja sensibel. Nein, wir dürfen ja keine Lippen zeigen, ne? Obwohl es ja ein Spiel ist, darf man nicht. Wir gehen mal hier... Nein, wir können ja mal ein bisschen Musik hören. Blues alternativ können wir auch machen. Wir haben nicht mal eine U hier, ne? Ja, wir sind glücklich. Hygiene ist bis fertig. Einmal Pipi machen. Setz dich doch jetzt mal hin jetzt, ja hier. Pinkel ist ja noch daneben, wie wir auch hier. Ist ja ekelhaft. Ui. Soziales. Ja, wir können... Wir haben, glaube ich, noch Zeit, um hier irgendjemand anzurufen, ne? Unser soziales Ding ein bisschen stärken hier. Hier, Franz Josef anrufen hier. Ja, Teller abräumen, habe ich gesagt. Genau. So, schön abspülen. Mülleimer ist leer. Das ist gut. Machst du gut, Junge. Da können wir nichts machen. So, jetzt müssen wir zur Arbeit gehen. Ja, kurz reden, ne? Kurz Hallo sagen und dann ist gut. Ja, wir sollten, glaube ich, zur Arbeit, ne? Ja, ja, ist gut. Wir müssen, glaube ich, zur Arbeit, ne? Jetzt hat er Party. Ähm, es ist Dienstag. Müssen wir nicht zur Arbeit? Der... Wir müssen doch... Hallo? Äh... Der Kaffee stinkt doch da. Hallo? Der Kache... Kache? Du brauchst keinen Kaffee jetzt. Was machst du denn? Aha, aha, aha. Okay, ich habe gedacht, du musst zur Arbeit... Das kann man eben nicht sagen, ne? Zur Arbeit gehen oder so jetzt? weil es ist doch schon 8 Uhr gewesen. Er kommt wieder zu spät, der Junge, ne? Kommt er wieder zu spät und dann ist hier wieder die Hölle los. Da geht auch nichts. Mann, Mann, Mann. Dann machen wir mal die Musik aus hier, ne? Dass das so schön langweilig wird. Dass du zur Arbeit gehst. Du musst doch hier arbeiten. Wir brauchen doch Kohle. Wir müssen doch das Haus ausbauen hier. Ah, wir müssen ja hier auch noch... Was ist denn hier? Äh. Okay. Müssen wir auch machen, ne? Ja, man muss nicht, aber man kann. Gut. Am Wochenende machen wir hier Party, ne? Gehen wir wieder saufen. So, jetzt muss der Arbeiten gehen. Um 9 Uhr. Um 9 muss er arbeiten. Ach, was sind das für Zeiten hier? So, ich sage ja vielen Dank fürs Zuh... Schauen. Ne, ich sag was. Klappe zu, ich sag was. Also, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Dann geht's dir schön... ... Vielen Dank.